Die Europäische Union ist eines der größten, aber auch eines der seltsamsten Wirtschaftsgebilde, die es je gegeben hat. Sie ist zu einem politischen Entscheidungsträger und einer Behörde geworden, die der Bundesregierung der USA nicht unähnlich ist. In wirtschaftlicher Hinsicht sind die Ähnlichkeiten so groß, dass die Idee einer europäischen Föderation oder der Vereinigten Staaten von Europa ernsthaft vorgeschlagen wurde, bevor man feststellte, dass es sie eigentlich schon gibt. Eine Ansammlung von Staaten, die dieselbe Währung haben, sich über ihre Politik einig sind, gemeinsame Handelsverträge abschließen, gemeinsame Ministerien haben und trotzdem auf die Unabhängigkeit und die Rechte der einzelnen Staaten beharren, klingt vertraut. Natürlich gibt es auch offensichtliche Unterschiede, wodurch die Europäische Union alle Nachteile eines Bundesstaates mit nicht allzu vielen Vorteilen hat, was nicht nur für die Mitgliedsländer ein Problem ist. Die 27 Mitgliedstaaten haben zusammen eine Wirtschaftsleistung von fast 20 Billionen US-Dollar, was nur von den USA in Bezug auf das nominale BIP übertroffen wird. Als nicht souveränes Gebilde scheut sie sich auch nicht, ihr wirtschaftliches Gewicht in die Waagschale zu werfen. Ob absichtlich oder unabsichtlich, sie nutzt ihre Größe als großer globaler Produzent und Konsument, um die Länder innerhalb und außerhalb ihrer Grenzen zu kontrollieren. Und diese Macht stellt ein Risiko dar, da sie vor großen externen und internen Herausforderungen steht. In den größten Mitgliedsländern stagniert das Wirtschaftswachstum größtenteils und auch für die kleineren Länder sieht es nicht viel besser aus. Vor etwa einem Jahr haben wir ein ganzes Video gemacht, in dem wir die Bedrohungen und ihren Einfluss auf die Europäische Union als Ganzes beleuchtet haben. Aber es ist wahrscheinlich noch wichtiger, den Einfluss der EU auf die Volkswirtschaften ihrer Mitglieder und auf die Volkswirtschaften der ganzen Welt zu untersuchen. Um die Dinge bei einem so komplexen Thema so einfach wie möglich zu halten, welche positiven Einflüsse hatte die EU? Welche Probleme hat sie für ihre Mitgliedstaaten verursacht? Und schließlich, welche Probleme hat sie für die Weltwirtschaft verursacht? Eine Ansammlung souveräner Staaten mit so unterschiedlichen politischen, kulturellen und auch wirtschaftlichen Hintergründen zu vereinen, war schon immer eine schwierige Herausforderung. Die USA, deren Wirtschaft der der Europäischen Union wohl am ähnlichsten ist, wurden im Laufe von fast zwei Jahrhunderten gegründet. Und ihre unabhängigen Staaten verfügten größtenteils nicht über ihre eigenen, seit langem etablierten Volkswirtschaften, die sie in das kollektive System einbringen konnten. Das lag natürlich zum Teil daran, dass die Gesellschaften, die in diesen Regionen existierten, bevor sie erobert und in Staaten umgewandelt wurden, nicht wirklich Marktwirtschaften im westlichen Sinne waren. In Ermangelung einer weniger heiklen Formulierung haben die Staaten, aus denen die USA entstanden sind, wirklich bei Null angefangen. Die Länder, die die EU gegründet haben und ihr in den letzten drei Jahrzehnten beigetreten sind, hatten und haben immer noch sehr unterschiedliche Volkswirtschaften, die realistischerweise alle einen ebenso unterschiedlichen Wirtschaftsmanagement-Stil erfordern. Die richtige Wirtschaftspolitik für eine große, wohlhabende, etablierte und eher stagnierende Volkswirtschaft wie Deutschland, Frankreich oder Italien sollte sich stark von der Politik für kleinere, sich schnell entwickelnde Volkswirtschaften wie Rumänien oder Slowenien unterscheiden. Ja, die Länder behalten immer noch einen großen Teil ihrer Unabhängigkeit, aber kollektive Entscheidungen wie die Geldpolitik und die Handelsbeziehungen werden von der EU getroffen und ein Kompromiss zwischen Ländern, die sehr wettbewerbsfähige Exporte haben und solchen, die Schutz brauchen, wird immer genau das sein. Ein Kompromiss. Ein Land wie Deutschland verfügt über hochentwickelte Industrien und extrem wirtschaftende Produkte, die es nutzen könnte, um günstige Handelsabkommen für sich auszuhandeln. Während ein kleineres Land wie Rumänien, das sich noch in der Entwicklung befindet und Rohstoffe herstellt, es wahrscheinlich sehr schwer haben würde, wenn es auf dem Weltmarkt mit seinen Exporten wirklich konkurrieren müsste. Extrem einfache Produkte wie Isolierdrähte und Grundnahrungsmittel wie Weizen und Mais sind im Grunde völlig fungibel, was in der Wirtschaft nur ein schickes Wort für austauschbar ist. Ein Auto oder Flugzeug aus deutscher Produktion lässt sich vielleicht anhand der Qualität von einem aus einem anderen Land hergestellten unterscheiden, aber Kupferdrähte und Mais aus Rumänien sind im Grunde genommen identisch mit den gleichen Produkten aus jedem anderen Land und ohne schützende Handelsabkommen werden die Verbraucher auf der ganzen Welt nur das kaufen, was sie am billigsten bekommen können. Angesichts dieser unterschiedlichen Ziele ist es sehr schwer, ein Handelsabkommen zu schließen, das für alle Länder in der EU genauso gut funktioniert wie für die dominierenden Volkswirtschaften einzeln. Das gleiche Problem tritt auch bei der Geldpolitik auf. Die Zinssätze in der EU sind für die einzelnen Länder unterschiedlich, aber der Tagesgeldsatz, den die Europäische Zentralbank festlegt, ist für ganz Europa gleich. Aber warum ist das so? Nun, jede einzelne Regierung hat ihr eigenes Risikoprofil. Bei einem Land wie Deutschland ist es weitaus unwahrscheinlicher, dass es seine Kredite nicht zurückzahlen kann, als bei einem Land wie Griechenland. Daher muss Griechenland den Anlegern höhere Rendite für seine Anleihen bieten, wenn es Geld aufnehmen will, um sie für das Risiko zu entschädigen, dass das Land seine Schulden möglicherweise nicht begleichen kann. Eine Zentralbank muss dies berücksichtigen und gleichzeitig die Inflation steuern, die in der EU aufgrund unterschiedlicher Marktbedingungen, unterschiedlicher Steuersysteme und sogar unterschiedlicher Kulturen von Land zu Land unterschiedlich ist. Das alles bedeutet, dass jede Politik ein Kompromiss zwischen den Bedürfnissen dieser recht unterschiedlichen Gruppe von Ländern sein wird. Das war schon bei der griechischen Finanzkrise ein Problem, die durch den hohen Wert des Euros noch verstärkt wurde. Normalerweise sinkt der Wert der Landeswährung, wenn ein Land in eine solche finanzielle Notlage gerät, was bedeutet, dass die Exporter des Landes billiger werden, was dem Land hilft, Einnahmen zur Bedienung seiner Schulden zu erzielen. Wenn aber eine ganze Gruppe von Ländern die gleiche Währung verwendet, passiert das nicht oder zumindest nicht so stark. Die wirklich interessante Lektion hier ist, dass dies in allen Volkswirtschaften der Fall ist. Die EU ist wahrscheinlich nicht einmal das extremste Beispiel dafür, dass Dinge wie Währungspolitik und Handelsabkommen Kompromisse für regionale Unterschiede erfordern. Der Unterschied zwischen den produktivsten und den am wenigsten produktivsten Staaten in den USA zum Beispiel ist pro Kopf ungefähr genauso groß wie der Unterschied zwischen den produktivsten und den am wenigsten produktivsten Ländern in der EU. Vor allem, wenn man Ausreißer wie Luxemburg und Washington DC herausnimmt. Natürlich ist Washington DC kein Bundesstaat, aber es ist dennoch eine wirtschaftliche Einheit, die vielen europäischen Kleinstwirtschaft nicht unähnlich ist. Von Kleinigkeiten abgesehen holen die ärmsten Länder in der EU beim pro Kopf BIP im Durchschnitt zu den reichsten auf, während in den USA das Gegenteil der Fall ist. Das liegt zum Teil daran, dass diese Regionen noch weniger Flexibilität in der Wirtschaftspolitik und noch mehr Beschränkungen bei der Verlagerung der Wirtschaft haben, aber immer noch von den Entscheidungen auf Bundesebene abhängig sind. Selbst in Ländern, die keine Einzelstaaten sind, kann eine Politik, die für die fortschrittlichen Industrien in den Stadtzentren gut ist, für die Hersteller in den Regionen oder die Landwirte in den ländlichen Gebieten nicht gut sein. Der Unterschied ist jedoch, dass selbst große Staaten wie die USA, die ihren Bundesstaaten viel Unabhängigkeit zugestehen, Steuergelder des Bundes nehmen und sie entweder direkt durch Transfers oder indirekt durch Subventionen und Verträge an die armeren Regionen umverteilen können. Einer der wichtigsten Gründe dafür, dass regionale Subventionen für Landwirte so üblich sind, ist nicht unbedingt, dass diese Zahlungen wirtschaftlich effizient sind, sondern dass sie verhindern, dass die regionale Ungleichheit zwischen Städten und ländlichen Gebieten zu sehr aus dem Ruder läuft. Ähnlich wie die regionale Wirtschaftsleistung unterscheidet sich auch die Inflation in den verschiedenen Gebieten aller Volkswirtschaften. Die Inflationsrate in einer Großstadt wie New York, Tokio oder Sydney würde sich zu jedem beliebigen Zeitpunkt von der Inflationsrate in den ländlichen Gebieten der Länder unterscheiden, in denen sich diese Städte befinden. Der einzige Grund, warum dies speziell für die EU ein Problem zu sein scheint, ist, dass eine Währung normalerweise für ein Land spezifisch ist und dieses Land seine Inflationsrate einmal für die gesamte Wirtschaft misst. Da die EU aber den Euro hat, der von Dutzenden verschiedener Länder mit regionalen Unterschieden verwendet wird, melden sie alle unterschiedliche Inflationszahlen, was die Realität eher widerspiegelt, während andere Volkswirtschaften naiverweise davon ausgehen, dass die Preise überall im Land mit der gleichen Rate steigen. Das klingt zwar positiv für die EU, aber das Sammeln von genauen Wirtschaftszahlen nützt nicht viel, wenn sie nicht in der Lage ist, präzise Maßnahmen zu ergreifen, um sie zu kontrollieren. Verglichen mit der Bundesregierung der USA hat die EU einen sehr bescheidenen Haushalt, der meist nur dazu dient, ihre Verwaltungsfunktionen aufrechtzuerhalten. Selbst wenn sie also die Befugnis hätte, ihre eigenen Ausgaben zum Ausgleichen von Dingen wie kompromittierten Handelsabkommen und Geldpolitik zu verwenden, könnte sie das einfach nicht. Die merkwürdige Kluft zwischen der Wirtschaftspolitik der einzelnen Volkswirtschaften und der zentralen Wirtschaftspolitik der EU hat zu einem System geführt, in dem das Wirtschaftsmanagement sehr schwierig ist. Vor allem in Extremsituationen wie Schuldenkrisen, Energiebeschränkungen mit Russland und dem Brexit. Diese Schwierigkeit gilt auch für die Unternehmen in diesem Wirtschaftsraum. Theoretisch hätte die EU mit ihrem fast vollständig freien Waren-, Dienstleistungs- und Personalverkehr innerhalb und zwischen den Mitgliedsländern es den Unternehmen leichter machen sollen, ohne die Beschränkungen durch dicht gedrängte nationale Grenzen zu arbeiten und zu wachsen. Leider ist diese Annahme in Frage gestellt worden. Die EU hat eine zusätzliche Schicht von Vorschriften eingeführt, die die Unternehmen zusätzlich zu ihren eigenen nationalen Vorschriften einhalten müssen. Dies ist ein Bereich, in dem die EU oft sehr schwerfällig agiert. Vor allem die Vorschriften im Bereich der Technologie haben dazu geführt, dass selbst internationale Unternehmen große Veränderungen vornehmen mussten, um weiterhin auf einem der lukrativsten Verbrauchermärkte der Welt tätig sein zu können. Die Vorschriften selbst, zumindest die, die für Schlagzeilen sorgen, sind meist sehr verbraucher- und arbeitnehmerfreundlich. So wurde zum Beispiel gefordert, dass alle Smartphones den gleichen Ladeanschluss haben müssen, um die Wettbewerbsschranken in diesem Bereich zu senken. Der Grund dafür, dass Apple seinen objektiv minderwertigen, proprietären Anschluss zähneknirschend abgeschafft hat, ist, dass die EU es ihnen vorschrieb, weil sie sonst ihre Telefone dort nicht verkaufen durften. Ein Gesetz, von dem auch der Rest der Welt profitierte. Diese Gesetze mögen zwar für die Welt positiv sein, aber sie machen es für Unternehmen, die in der EU gegründet wurden, sehr viel schwerer, weltweit mit Unternehmen zu konkurrieren, die nicht so viele Einschränkungen haben. Die Europäische Union ist bei der technischen Innovation deutlich hinter den USA und den asiatischen Schwellenländern zurückgeblieben, was bedeutet, dass sie den Anschluss an einen der lukrativsten Wirtschaftsmotoren der Welt verpasst haben. US-amerikanische und sogar chinesische Technologieunternehmen konnten ihren Einfluss ausweiten und Einnahmen mit einem Produkt erzielen, dessen Grenzkosten bei fast null liegen. Wenn ein deutsches Produktionsunternehmen seinen Umsatz steigern will, muss es mehr Produkte verkaufen, was bedeutet, dass es mehr Mitarbeiter einstellen, mehr Materialien kaufen und möglicherweise sogar mehr Fabriken bauen muss. Wenn ein Technologieunternehmen einen neuen Kunden gewinnt, können die zusätzlich benötigten Ressourcen schon aus der Eingabe von Daten in einen elektronischen Datensatz bestehen, was diese Unternehmen viel skalierbarer macht. Die EU selbst ist sich ihrer Schwäche in dieser Branche bewusst und hat einen Teil ihres begrenzten Budgets dafür eingesetzt, die Entwicklung eines weiteren Spotifys zu erleichtern. Aber abgesehen von diesem einen Beispiel ist es zumindest im Moment schwer, ein anderes europäisches Technologieunternehmen zu finden, das über die Grenzen der EU hinaus dominiert. Der Fairness halber muss erwähnt werden, dass es neben den EU-Vorschriften noch andere Faktoren gibt, die die technologische Entwicklung in Europa bremsen. Die Sprachenvielfalt bedeutet, dass es schwieriger ist, eine kritische Masse an Nutzern zu erreichen, wie es in China oder den USA der Fall ist, wo Unternehmen hunderte von Millionen inländischer Kunden haben, bevor sie international expandieren müssen. Außerdem leidet sie unter der Abwanderung von Fachkräften und geringeren Investitionen, weil qualifizierte Entwickler und risikofreudige Investoren in Europa ihr Talent oder ihr Geld auf dem US-Markt einsetzen können, der in der Regel besser bezahlt wird. Und natürlich hat auch die EU selbst diese Entwicklung in vielerlei Hinsicht gefördert, indem sie eine wichtige Weltwährung eingeführt hat, die diese Art von grenzüberschreitender Arbeit und Investitionen erleichtern soll. Angesichts all dieser Probleme kann man leicht auf den Gedanken kommen, dass die EU vielleicht eine schlechte Idee war. Aber es ist auch wichtig zu prüfen, ob sie nicht einfach zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Im Vergleich zu einer so großen Volkswirtschaft ist die Europäische Union unglaublich jung. Sie wurde erst vor etwas mehr als drei Jahrzehnten offiziell gegründet und hat in dieser Zeit viel Gegenwind erlebt, der sie wahrscheinlich daran gehindert hat, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Natürlich kann niemand alternative Vergangenheiten vorhersagen, schon gar nicht Ökonomen. Aber selbst wenn Europasysteme wie die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, ein Vorläufer der EU beibehalten, oder man die völlige Unabhängigkeit zwischen seinen Nationen aufrechterhalten hätte, gibt es keine Garantie dafür, dass es in Zeiten wie der großen Finanzkrise, der Euro-Krise, Covid und jetzt dem Konflikt an der Grenze zu Osteuropa besser dargestanden hätte. Im Gegenzug hat die EU den Menschen viele Möglichkeiten gegeben, innerhalb der Union freier zu leben und zu arbeiten. Sie hat den Tourismus erleichtert, da Besucher nicht mehr mit Dutzenden von Ländern und Bergen von Visapapieren jonglieren müssen und sie hat den Ländern den Euro gebracht. Die Währung ist sicherlich ein zweischneidiges Schwert, aber das zweithäufigste Reservemedium der Welt zu haben, hat die Geschäfte innerhalb der EU und darüber hinaus für die meisten Unternehmen einfacher gemacht, auch wenn sie zusätzliche Vorschriften beachten müssen. Die Wirtschaft der EU stagniert seit über einem Jahrzehnt, aber das gilt auch für die meisten anderen großen fortgeschrittenen Volkwirtschaften wie Kanada, Australien, Japan und sogar für Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate. Die USA, der logische Vergleich zur EU, sind eher ein Ausreißer in Bezug auf das Wachstum, das sie in dieser Zeit erzielen konnten. Und obwohl die Technologiebranche, die in erster Linie für dieses herausragende Wachstum verantwortlich war, eine lange Liste von Vorteilen gegenüber traditionelleren Branchen hat, ist sie auch viel unbeständiger. Es gibt nicht viel, was Tech-Unternehmen physisch festhält und der Wert, den diese Unternehmen wirklich schaffen, ist viel schwieriger zu bestimmen, ohne zu oberflächlich zu sein. Die EU hat sicherlich ihre Probleme, aber sie ist auch eine große stabilisierende Kraft in Europa und auf der ganzen Welt und das ist manchmal wichtiger als wirtschaftliche Schlagzeilen, die nur einer kleinen Handvoll hochqualifizierter Arbeitskräfte und bereits wohlhabender Kapitalanleger zugute kommt. Danke fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.